Wir finden, Sitcoms sind viel zu amüsant, um sie nur den Amerikanern zu überlassen. Ab 4. März gibt es bei uns zwei überzeugende deutsche Antworten. Rospita, ich habe Geld. Immer lecker von Partybäcker. Echte Comedy-Serien kamen bislang nur aus den USA. In richtiger Sitcom-Manier, das heißt mit Studiopublikum, produziert RTL in Berlin zwei deutsche Versionen. Am Donnerstag heißt es um 20.15 Uhr ein Job fürs Leben. Vito schießt keine Tore mehr, dafür bei Barbara als Haushälter den Vogel ab. Sie versucht Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Was ist dein Kater? So ein lustiges Paar. Also doch ein Paar? Nein. Oder vielleicht doch? Donnerstag, 20.45 Uhr. Hilfe, meine Familie spinnt. So einer? Genau. Die zweite RTL-Comedy-Serie, die das Fernsehen zum Entspannungsmittel macht. Das ist Jupp Strunk, wie er leibt und lebt, seines Zeichens Schuhverkäufer. Jetzt sieht es vor. Außerdem haben wir jetzt eine Stunde nur für uns. Vergiss es. Roswitha ist eine perfekte Hausfrau und die Nachbarn kommen gerne. Das Geld, das Jupp nach Hause bringt, reicht nie. Den Rest darf er behalten. Können Sie mir eine Flasche Bier leihen? Nee, nicht für einen RTL-Reporter. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Und dann habe ich zwei Stunden im Stau gestanden. Der Tufel lässt die Füße weh. So geht das jetzt Woche für Woche bei RTL. Hilfe, meine Familie spinnt. Die gnadenlose Comedy-Serie. Jeden Donnerstag, 20.45 Uhr. Neu bei RTL. Wo sonst?